Wir haben beschlossen, ein Kind zu haben, weil wir hatten ein freies Zimmer, so eine Art Rumpelkammer. Und je länger ich mir den Saustall darin angeguckt habe, desto klarer ist es für mich gewesen. Ein Kind. Um Verzeihung. Gut, gut. Ich nehme deine Entschuldigung hiermit an. Sag mal, hättest du mich nicht anrufen können, um mir zu sagen, dass es später wird? Nein, ich war mit was sehr wichtig und beschäftigt. Oh, bitte erspar es mir. Oh, nicht das, was du jetzt denkst. Ja, dann hättest du anrufen können. Nicht erspricht, hm? Machst du das her? Nein, 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 nein. Nicht schreit mit dir. Sag mal, ich verwalte das Geld. Du machst sie jetzt mal hübsch. Mach dich frisch, zieh dich an. Komm, zack. Die Schuhe! Die hier kann ich unmöglich dazu anziehen. Ist egal. Hier, ist für dich. So kann ich nicht rumlaufen. Ich sehe aus, wie er... Du siehst sexy aus, verdammt nochmal. Das weißt du ganz genau. Stell dich mal nicht so an. Vielleicht fällt's auf. Du Ach. Du hast겠다. Und ich sehe Economic aparecer. Ich sehe das heute. Hier Mits secrete.